. 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 Hey. Morgen, Danja. Na? Wie war dein Silvester? Erstmal Frohes Neues. Und hast du auch so ein paar Neujahrsvorsätze? Also, ich glaub ja nicht so daran. Kahn, weißt du überhaupt mit wem du hier sprichst? Natürlich hab ich Vorsätze. Und zwar, hier ein kleiner Auszug meiner Liste. Schön schreiben lernen erstmal. Zweitens, Sport. Keine nimmt zwei Soft mehr. Wirklich keine nimmt zwei Soft mehr. Regelmäßiger zu Arztkontrollen gehen. Ordentlicher werden. Weniger shoppen. Weniger Verpackungsmüll produzieren. Ich sollte unbedingt noch ein bisschen ruhiger werden. Ich sollte weniger am Handy hängen. Weniger am Handy hängen. Und mehr Zeit mit Hefe und Kiba verbringen. Aber das ist wie gesagt nur ein Auszug. Das ist nur Seite 1. Ich hab davon etwa 10 oder so. Wow, okay. Jetzt fühl ich mich schon fast schlecht. Also ich hab mir vorgenommen, einfach nur morgens wirklich den Müll immer rauszubringen. Aber ich glaube, das wird nach einer Woche schon etwas schwierig. Aber viel Glück. Ich nehm jetzt immer Omega-3-Kapseln, Vitamin C, Vitamin D. Hallöchen Bianca! Frohes neues Jahr! Und hast du irgendwelche Neujahrsvorsätze? Naja gut. Also wahrscheinlich nicht, ne? Weil du hattest ja schon so ein krass gutes Jahr. Eigentlich kann es ja so bleiben. Nein, ich hab definitiv. Also definitiv dann, ja. Also erstmal, ich werde dies Jahr gesünder leben. Ich hab heute Morgen schon mit Yoga und Meditation angefangen. Ich nehm jetzt immer Omega-3-Kapseln, Vitamin C, Vitamin D. Muss man übelst drauf achten, ne? Was es da alles gibt. Ähm, auch die Collagenbildung und sowas. Alles, das ist also, ja, gemüse. Ich esse jetzt immer ganz viel Gemüse. Ungefähr so an die 300-400 Gramm am Tag. Ähm, und ich esse gar kein Fleisch mehr. Keine Milchprodukte. Also ich lebe richtig gesund. Äh, und das willst du wirklich durch? Ja, natürlich. Ich hab heute schon angefangen. Klar. Äh, ich frag dich in zwei Wochen nochmal, ne? Neue, 20. Gesundes Neues, komm. Wow. Okay, ich seh schon, du legst schon direkt los. Neue, 20. 30. Ja. Neujahrsvorsatz. Mehr Sport. Äh. Okay, aber du hast doch letztes Jahr schon Sport gemacht. Und willst du jetzt Muskeln aufbauen? Oder was ist dein Ziel? Äh, 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 äh. Oh. Ja, ich hab letztes Jahr auch schon Sport gemacht. Aber ich muss, ich hab mir jetzt vorgenommen, vor den Videos immer ein bisschen Sport zu machen. Ist das, ist das schlimm? Ich glaube nicht. Oh, reicht fort. Oh, reicht fort. Okay, reicht fort. Oh, ich hab mir zu. Oh. 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 Ja. Ja, was ist? Sorry, ich hab dich gar nicht gehört. Alles gut? Was ist los? Hey, was ist los? Ist es okay? Was ist denn passiert? Karl? Was soll passiert sein, Mann? Was soll passiert sein? Karl, ich wollte dir nur ein frohes neues Jahr wünschen. Was ist denn? Ja, danke. Danke. Frohes neues. Jedes Jahr das gleiche. Und ich sitze hier immer am ersten Januar und denke mir, das Jahr ist so schnell vorbei und ich hab wieder nichts gemacht. Warum weißt du jetzt nicht? Es ist schon wieder ein Jahr vorbei und das Leben geht einfach an mir vorbei. Und ich habe nichts gemacht. Das führt doch zu gar nichts. Weil es jetzt dein neues Jahr ist? Ja, es führt doch zu gar nichts. Aber es ist doch alles gut. Ja, aber was hab ich erreicht? Ich hab letztes Jahr wieder nichts erreicht. Hä? YouTube läuft doch. Du hast uns kennengelernt. Hallo? Jedes Jahr das gleiche. Ich... Jedes Jahr sitze ich nach Silvester und denke, wie könnte ich... Wie könnte ich das besser machen, was ich davor das Jahr gemacht habe? Kannst du dich jetzt mal bitte ein bisschen beruhigen? Hallo? Ich bin einfach schlecht gelaunt. Das tut mir leid. Ich mag das nicht. Erste bis siebte Januar ist bei mir schlechte Laune. Aua! Raus. Du kannst am 8. Januar wieder zurückkommen. Ist okay? Achso, und danach geht's wieder? Danach geht's wieder. Ich brauch eine Woche, bis ich klarkomme. Wir sehen uns am 8. Was war das für ein dummer Vorsatz? Ich brauch diesen Tee. Hey! Hey! Du, ich hab dich gar nicht nach deinen Neujahrssätzen gefragt. Was hast du denn für Vorsätze dieses Jahr? Ja, also eigentlich ist es nicht so was krass Ernstes. Eigentlich ist es eher ein bisschen lustig. Ich hab halt jetzt über Weihnachten so viel Tee getrunken. Ich muss da echt ein bisschen zurückfahren, weil... Das ist wirklich lustig. Ja, ich weiß, also ich trinke jetzt einfach weniger Tee, beziehungsweise mein Lieblings-Tee gar nicht mehr. Sechs Monate lang nicht. Ich muss davon jetzt wegkommen. Okay. Das war jetzt etwas ein komischer Vorsatz, aber das ist besser als gar kein Vorsatz. Und ich mein, ähm, ist jetzt zwar gesund Tee, aber du trinkst ja anderen Tee. Gut, bis dann. Zwei Stunden später. Hey Tanja, du, äh, kurze Frage wegen dem Video. Ist das Tee? Hast du nicht vor zwei Stunden gesagt, du trinkst kein Tee mehr? Ah, hab ich das gesagt? Das ist ja verrückt. Äh, ja, geh schon mal zu Kahn ins Studio. Ich komm gleich nach. Boah, wie blöd, ey. Ich kann doch nicht auf diesen guten Tee verzichten. Was war das für ein dummer Vorsatz? Ich brauch diesen Tee. Nächsten Freitag passt auch nicht so gut. Dann muss ich das eigentlich nochmal verschieben. Ja? Hey Kahn, du, wie ist jetzt eigentlich aus heute Abend? Hast du zufällig Zeit? Nee. Ähm. Oh, sorry, dass ich überhaupt frage. Ich geh wieder. Du wolltest ja heute Abend zum Fitnessstudio, ne? Äh, heute Abend, ähm, nein, also... Ja, das war doch dein Neujahrsvorsatz. Ach so. Oh! Ja, stimmt, mehr Sport machen. Ähm, ja, ich musste das jetzt um ne Woche verschieben. Ich fang nächste Woche Freitag damit an. Weil, ähm, das im Fitnessstudio mit der Mitgliedschaft gerade ein bisschen problematisch ist. Die konnten jetzt, ähm, die Anmeldegebühr nicht abziehen. Und deswegen haben sie das jetzt auf nächste Woche verschoben. Weil dann ist auch der Geschäftsführer wieder da. Und dann könnten sie das machen. Weil keiner die Prokure hat dazu unterschreiben. Und deswegen muss ich das auf Freitag. Also ich würd's wirklich gerne machen. Aber ich muss auf Freitag wirklich nächste Woche warten. Weil es geht nicht anders. Also ich möchte diesen Vorsatz wirklich nicht verschieben. Aber es geht nicht anders. Du hättest auch einfach sagen können, ja, Danja, ich hab Zeit. Aber ich versteh schon. Sport ist ein ganz schwieriger Vorsatz bei dir, ne? Nein, also... Wir sehen uns heute Abend. Nein! Nein, also... Ich würd das machen. Ich würd das nicht verschieben auf nächsten Freitag. Nächsten Freitag passt auch nicht so gut. Dann muss ich das eigentlich nochmal verschieben. Ach, mach ich im Februar. Das ist aber nicht meine Schuld. Das ist seine Schuld. Das ist seine Schuld. Ja? Hey, Bianca. Hey! Okay. Ähm... Ich wollt für die Gruppe ein bisschen Pommes holen. Aber mir ist grad eingefallen... Ach, wie ein Inbelstag. Was ist denn eine Portion? Mach nur gleich nicht doppelter. Alles klar. Super. Guck mal, der ist Vorsatz. Okay, also sorry, was ist das denn für ein Vorsatz? Manja? Hey! Du, wir wollten ja morgen eigentlich ein Filmabend mit Bianca, Eva, René und Claudio und so machen. Welche Filme sollen wir dann gucken? Hast du da eine Idee? Oh, sorry. Du weißt, ich bin sonst immer dabei, ne? Aber heute muss ich leider mal absagen, weil ich hab mir fürs neue Jahr vorgenommen, dass ich ein bisschen weniger fernsehe und dafür halt mal mehr lese. Und deshalb heute nicht. Sorry. Also sorry, was ist das denn für ein Vorsatz? Ich meine, das kannst du doch beides parallel irgendwie laufen lassen. Also sorry, also ich glaub an Neujahrsvorsätze und so, aber... Sorry, aber meinst du, dass dieser Neujahrsvorsatz überhaupt was bringt? Mehr Bücher lesen und dafür weniger Filme? Also du kannst doch beides gleichzeitig machen. Also wirklich, also keine Kritik an dich oder so, aber sorry. Ein kleiner Vorsatz. Ich versuch nächstes Jahr vielleicht mal eine Woche oder einen Monat rauszumachen. Step by Step. Hey Kahn. Du, äh, ich hab mal ne Frage, hast du eigentlich irgendwelche Vorsätze? Weil du hast ja letzte Woche gesagt, dass du mehr Sport machen wolltest, sonst hast du dann irgendwie nicht. Und irgendwie siehst du immer noch so aus wie vor ne Woche. Ja, danke Bianca. Hm. Nein, also ich dachte mir eigentlich, dass ich dieses Jahr so einen Drei-Tage-Vorsatz irgendwie habe. Also drei Tage hab ich jetzt versucht, ein bisschen Sport zu machen und alles drum und dran. Auf meine Ernährung ein bisschen zu achten. Hat auch geklappt, aber drei Tage haben erst mal gereicht. Ein kleiner Vorsatz. Ich versuch nächstes Jahr vielleicht mal ne Woche oder einen Monat rauszumachen. Step by Step. Also es gibt so ein, zwei Sachen, die könnte ich vielleicht ändern und ein paar Sachen können aber auch so bleiben. Also eigentlich alles ganz gut. Also so alles, in allem war das Jahr ja eigentlich ganz gut. Klar, es hatte so seine Tiefs, aber auch seine Abs. Ich mein, ich bin gesund und mir geht's gut und meiner Katze und meiner Familie geht's gut. Also es gibt so ein, zwei Sachen, die könnte ich vielleicht ändern und ein paar Sachen können aber auch so bleiben. Also eigentlich alles ganz gut. So Leute, erstmal nicht wundern, wir haben dieses Video vor, vor dem neuen Jahr sogar noch aufgenommen. Deswegen sieht es hier im Studio noch so ein bisschen aus, wie es eigentlich vor Weihnachten. Wollte ich gerade sagen? Ist ja auch vor Weihnachten. Ja, tatsächlich. Aber gerade ist der erste, erste und das heißt Neujahr. Erstmal Prost Neues Jahr an euch alle. Und dazu passend hatten wir heute das Video, die zehn Arten von Menschen, wenn ein neues Jahr beginnt. Wo könnt ihr euch denn wieder finden, Danja und Bianca? Also ich mache, ich nehme mir tatsächlich immer Vorsätze vor. Ja, ich schaff's aber nie. Doch! Welchen Vorsatz hast du denn dieses Jahr zum Beispiel? Ich hatte dieses Jahr den Vorsatz, dass ich bisher keine Süßigkeiten oder Zucker zu mir nehme. Stimmt, das hast du auch durchgezogen, ne? Ja, und ich kann mir nicht mehrere vornehmen, weil sonst wird das nix. Aber das neue Jahr. Realistisch. Werde ich das nochmal machen mit dem Zucker. Schön. Ich habe nie Neujahrs Vorsätze. Nie. Äh, da muss ich mich tatsächlich Danja anschließen. Ich, äh, sorry, aber ich bin, ich glaube an sowas einfach nicht. Nee, gar nicht. Nee, null. Aber mach dir das nicht, ich mach das tatsächlich, ich weiß, ich bin da wahrscheinlich etwas anders, aber ich schreib mir meine Ziele auf, was ich definitiv machen will dieses Jahr. Ist auch gut, also, das ist auch gut. Und ich muss sagen, äh, jetzt habe ich meine To-Do-Liste mal angeschaut vor dem Jahr. Und da sind zwei Sachen, die ich nicht geschafft habe und die kommen jetzt da wieder drauf. Kannst du die veröffentlichen? Äh, ja, einmal das Reißen, ich wollte eigentlich nach Amerika. Aber das ging leider nicht. Ging dieses Jahr nicht? Ähm, und das andere kann ich leider nicht sagen. Okay. Aber sonst, ähm, ja, und das mache ich ja immer, jedes Jahr. Ja, also, was ich damit sagen möchte, nur weil ich dich daran glaube, heißt das nicht, dass das etwas Gutes ist. Na, also, wenn ihr, äh, Menschen seid, die sowas gerne machen, sich was aufschreiben und wirklich Vorsätze fürs neue Jahr sich machen, dann, dann ist das gut, dann ist das sehr gut. Ich bin einfach der Typ, zum Beispiel, ich habe auch schon Anfang Dezember angefangen wieder ein bisschen zu laufen, weil ich dachte, ich habe jetzt Lust drauf. Ja. Und ich warte jetzt nicht bis zum 1. Januar, wo dann wieder alle laufen. Das stimmt. Äh, und der Wald dann voll ist, hab ich keine Lust drauf. Ja, genau. Aber was ich meinte mit der Liste, man muss es ja nicht ab 1.1. machen, aber das ist, glaube ich, eine gute Motivation. Nein, das ist schon gut. Das ist schon gut. Was will ich dieses Jahr erreichen? Also, ich, äh, lobe Bianca nicht oft, aber das machst du gut. Ja. Also, da können sich viele, äh, eine Scheibe von abschneiden. Leute, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Es erwartet euch ein neues tolles Jahr hoffentlich. Mit uns, mit eurer Familie, mit euren Freunden und Bekannten. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Wir auf jeden Fall. Und, genau, wir hoffen, ihr seid gesund und habt trotzdem gut reingefeiert. Und, ja. Daumen nach oben. Abo dalassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Als auch wenn ich vor mir. Ciao.